Es gibt noch ein paar weitere Announcements in heutigen Nintendo Direct. Also wie ich, denn mein Onkel arbeitet bei die Nintendo. Das alles und vieles mehr in diesem Video. Kommt also sehr gerne heran und lasst einen Daumen nach oben da für den heiligen Support. Und um zu zeigen, dass euch das Video gefällt. Vielen, vielen Arsch. Und natürlich auch 1 Like gleich 1 Hype auf dem Film. Oh, danke für 0 Likes. Äh, Bruder. Wir kommen zum... Ja, wir machen es kurz. Ja, zuerst aber eine kleine Frage. Ihr denkt euch das bestimmt so. Wo wird dieser Film-Trailer bitte angekündigt? Ja, ist das jetzt in einer extra Direct Mini? Oder wird Nintendo das auf ihrer Webseite publizieren? Ab einer bestimmten Uhrzeit zu einem bestimmten Datum? Oder auf der Tokyo Game Show? Oder... Ja, ne, die ist vorbei. Aber bei den Game Awards oder so irgendwas Großes? Ähm, äh, nein. Ähm, nein. Es ist aber trotzdem irgendwas Großes. Aber ich habe irgendwie in den letzten Jahren sehr wenig davon mitbekommen. Weil... Es interessiert mich einfach nicht. Die New York Comic Con. Sagt ihr euch was? Dort wird der Trailer, der Teaser-Trailer, ähm, veröffentlicht. Dort wird er publiziert. Also nicht auf der Nintendo-Website. Nicht in der extra Direct Mini. Sondern auf der Comic Con. Also nicht falsch verstehen oder so. Ich habe gesehen, die, äh, Twitter-Page von der Comic Con hat eine halbe Million Follower. Das ist echt viel. Aber ich weiß nicht. Ist das echt so der Spot, um was anzukündigen? Und falls, falls ja, wäre die Gamescom dafür auch ein Anlaufpunkt gewesen? Oder die Tokyo Game Show. So, die war ja erst letzte Woche so mäßig. Von daher, ich finde das ein bisschen... Ja, nicht weird, aber es ist... Warum ist es die Comic Con so? Jedenfalls. Hier haben wir die Infos. Ja, alle leckeren Extras. Na klar. Ähm, ja. Sie haben geschrieben. Besucht uns. Ähm. Ähm, von der New York Comic Con oder auf der New York Comic Con. Ähm, Donnerstag, den 6. Oktober. Um 4pm, ähm, Eastern Time. Also, das müsste 22 Uhr zur deutscher Zeit sein. Für die Teaser-Trailer-Premiere des kommenden Super Mario Bros. Films von Nintendo und Illumination. Der am 7. April 2023 veröffentlicht wird. Ja. Und ich glaube, hier wurde jetzt, glaube ich, das erste Mal der Release Date des Films gedroppt, oder? Ich meine, klar, es war, äh, auf der Illumination-Seite schon sehr oft angezeigt, dass es eben, äh, hier Holiday 2022 rauskommt. Was aber verschoben worden ist nach hinten. Dann wurde ja gesagt, ähm, oder aktualisiert, äh, Frühling 2023. Und, äh, ich glaube, jetzt haben wir das erste Mal eine Release Date bekommen. Das ist sehr wild. Ich denke, das wird aimen auf einen internationalen Release. Ich hoffe es zumindest sehr. Äh, nicht, dass man irgendwie in Europa oder so erst in zwei Wochen rein darf, aber als ob, oder? Ich, 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 ich glaube, das ist schon so wie bei Videospielen gemacht, dass quasi versucht wird, weltweit in die Kinos, ähm, den einen Film zu, äh, prämierisieren. Ähm, ja, man. Ähm, ja, also, Teaser-Trailer-Premiere. Es ist, es wird ein kleiner Trailer sein. Ähm, und es, man muss auch sagen, es ist irgendwo zu erwarten. Denn, äh, wir werden wahrscheinlich hier ein, nicht mehr als ein 30-Sekunden-Trailer oder so bekommen. Ähm, vielleicht eine Minute. Es kommt immer ganz darauf an, so wie möchte man das Wort Teaser, ähm, definieren. Aber ich sehe das immer so mit 30 bis, also unter einer Minute so auf jeden Fall. Und, ich weiß nicht so. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ähm, Nintendo und Illumination ebenfalls sind sehr, sehr, ähm, sparsam mit Filmmaterial. Wisst ihr, wie ich meine? Sie haben den Film vor wie vielen Jahren angekündigt? Vor vier oder mindestens drei Jahren? Also, mindestens drei, vier Jahre. Und, ich glaube, seitdem gab es ja wirklich wenig Infos. Miyamoto-San hat sehr oft darüber gesprochen, ähm, in unter anderem Directs. Jetzt in der letzten leider nicht. Wobei es sich auch da angeboten hätte. So, von wegen, hey, und alle, die auf den Mario-Film warten, ja. Äh, hier, äh, nicht please take a look, aber erwartet die nächsten Wochen ab, so. Äh, irgendwie sowas in der Art. Denn, die Direct ist ja gerade mal zwei Wochen her. Da hätte Herr Miyamoto das ja auf jeden Fall sagen können, so. Aber, mein Gott, ne. Das auch nur dazu. Aber sie war, Nintendo ist wirklich sehr sparsam und, äh, sehr spärlich mit Content zum Film umgegangen. Und, das hat in vielen von uns eine Art, äh, Angst geweckt. So. Wir haben noch keinen Trailer zum Film gesehen. Bei, bei anderen Filmen, ähm, sieht man Trailer schon ein Jahr im Voraus oder zwei Jahre im Voraus oder so. Ähm, und jetzt hier sind wir ein halbes Jahr vom Release des Films entfernt. Wir haben immer noch kein Actual-Filmshot gesehen. Keine Locations, kein bisschen, äh, keine Ahnung, worum es geht. Es ist sehr geheimnisvoll und das passt auch sehr zu Nintendo. Denn Nintendo ist schon seit jeher so gewesen, dass sie uns überraschen wollen und, äh, deswegen immer sehr geheimnisvoll tun. Und, äh, so lange wie möglich darauf warten, um irgendetwas, äh, an Informationen weiterzugeben, so. Ähm, und ich kann natürlich trotzdem verstehen, dass es in vielen die Angst weckt, wird der Film gut, so. Wahrscheinlich haben die noch nichts gezeigt, weil der Film extrem kacke wird, so. Am Ende sind da auch Minions dabei und die sind die ganze Zeit am Furzen, so. Das ist, wisst ihr, wie ich meine, das ist, das wird ein disgusting Film. Ähm, Illumination macht da wirklich die Macher von Minions und, äh, ähm, ich einfach unverbesserlich. Und diese ganze Ecke, so. Äh, und das, das hat natürlich in vielen ein wenig Angst geweckt und, ähm, Bedenken. Aber, however, ja, kommen wir jetzt zu Chris Pratt, dem heiligen Bruder. Denn er hat folgendes auf Twitter geschrieben. Als Antwort zum Comic-Con-Tweet. Let's go. Ich habe den Teaser-Trailer gerade zum allerersten Mal gesehen. Ich glaube, das war gestern Abend, als es angekündigt worden ist. Ähm, beziehungsweise, ja, es war, äh, warte mal kurz. War das heute Nacht? War das heute Nacht, als er das geschrieben hatte? Wild. Ähm, also die Ankündigung ist ja schon 16 Stunden her für mich jetzt, aber, wild. Zum allerersten Mal selbst gesehen. Ich bin einfach hin und weg. Du wirst es auch sein. Das verspreche ich dir. Er ist sehr speziell, der Teaser-Trailer. Ich kann es kaum erwarten. Ähm, wahrscheinlich die Reaktion von uns zu erwarten oder so. Hashtag Super Mario Bros Movie. Und, ähm, das ist krass. Ja, äh, also natürlich, natürlich, ja, man darf, also, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, okay. So, Entwarnung. Wenn Chris Pratt das sagt, dann kann ich mir vorstellen, der Teaser-Trailer wird gut. So, der Teaser-Trailer wird nice. Ähm, auf der anderen Seite denkt man sich natürlich so, ey, er arbeitet für den Film. Oder er arbeitet am Film mit, indem er Mario spricht. Ich denke, natürlich muss man da irgendwo eine Haltung einnehmen von wegen, ja, man wird geil. Ähm, aber, ne, ich glaube, in der heutigen Zeit sowas zu droppen, ähm, und der Film wird kacke, ne, ich glaube, Chris Pratt würde nicht mehr ernst genommen werden. Und, ne, daher denke ich nicht, dass das passieren wird, weil Chris Pratt halt jemand ist, der, ähm, ja, also, er hat Expertise. Ja, und, ähm, ich denke mal, seine Erfahrung wird auch irgendwo über der Anordnung stehen, ähm, sag mal, äh, dass der Film gut ist. Ich glaube, Chris Pratt kann selber sagen, dass der Film gut ist, ohne es von Dritten irgendwie, ähm, ja, äh, äh, als eine Art, ähm, Dienstleistung rauszupromoten. Wisst ihr, wie ich meine? Ich denke, da steckt auch eine ehrliche Meinung hinter. Das ist das, was ich sagen will. Und, daher, ich bin sehr gespannt, was sagt ihr zu Chris Pratt's Meinung dazu? Denkt ihr, der Film wird je? Ich hoffe sehr. Ähm. Wenn es dann am 6. Oktober soweit ist, in quasi zwei Wochen, nicht mal zwei Wochen ist es soweit, so. Und, da ist natürlich die Frage, ja, Reaction zum Trailer, Kai? Ja, nein, willst du das versuchen, so? Ähm, kurz dazu, bevor ich nicht von Illumination oder Nintendo oder von einer irgendeiner anderen großen Instanz grünes Licht bekomme, Hey, auf diesen Trailer, der Copyright-technisch geschützt ist und der vielleicht dafür sorgen kann, dass ihr DMCA'd werdet, wenn ihr darauf reagiert, wenn ihr Trailer-Material zeigt, ähm, wenn ich grünes Licht drauf bekomme, eine Reaction auf den Trailer machen zu dürfen, dann mach ich auf jeden Fall eine. Falls ich, oder falls, ähm, die Medienlandschaft nicht offen den Film zeigen darf oder Trailer-Material zeigen darf, dann werde ich das, äh, ganz einfach fuchsen, dass ich, äh, den Trailer eben nicht zeige, aber ich reagiere trotzdem drauf im Hintergrund. Und, ähm, wir werden das dann so machen, dass, äh, wenn ihr einen PC habt, dann ist es am besten so, weil Mobile und zwei Videos auf einmal schwierig, aber, dass ihr den Trailer laufen lasst und ich reagiere auf den Trailer zur gleichen Zeit, so mäßig. Ähm, und wir synken dann runter und dann drückt ihr auf Play und dann reagieren wir alle zusammen drauf, so mäßig. Äh, das wäre mein Gedanke gewesen, ja, das wäre mein Gedanke dazu gewesen. So eine Art Reaction zum Trailer wäre, glaube ich, okay. Und ist auch, glaube ich, die einzige Möglichkeit, weil, wie gesagt, bei Filmen ist es immer was anderes als bei, bei Videospielen, so. Bei Musik ist es ja auch ähnlich, so. Wenn du, wenn du copyright-technisch geschützte Musik zeigst, du kannst entweder gestriked oder du kannst, ähm, geclaimed werden, so. Ähm, aber ich denke, gestriked in den wenigsten Fällen, so. Ähm, aber ja, das ist so mein Senf zum Reaction-Ding, weil man kann halt nie sagen, ne, wenn ich nicht vorher die Bestätigung bekomme und ich reagiere dann drauf und dann bin ich der Blöde, der gestrikt wird, so. Da hab ich kein Bock drauf. Aber gut, BrüderInnen, das solltet ihr Wesen sein. Eure Meinung zu dem Ganzen hier, äh, in die Kommentare. Seid ihr sehr gehypt? Seid ihr gehypt? Schreibt's in die Kommentare hinein und hauen sie hinein. Und tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.